Grüß Gott, mein Name ist Gerald Summer, ich bin Sommelier bei der Firma Derksen und ich werde heute für Sie einen trockenen Weißwein aus Porto verkosten. Der Wein heißt Chateau Poney, wird produziert von André Lorto und ist ein André Demer. André Demer besteht primär hier aus Sauvignon Blanc und Semillon, wird trocken ausgebaut, ist ein sehr leichter trockener Weißwein mit nur ca. 12% Alkohol. Der Strohgelb mit grünlichen Reflexen, klassische Sovignon Blanc Nase, Stachelbeeren, rote Johannisbeeren, das Josterbeere vielleicht auch. Im Gaumen besticht er durch seine Leichtigkeit. Wunderbar frische, saftige Säure, die nie aggressiv wird und immer gut eingebunden ist. Kompakt am Gaumen, wunderschön harmonisch. Ein leichter Vertreter, den ich zu leichten Meerestieren, zu leichten Fischgerichten, Muscheln, Austern empfehlen würde. Passt aber auch wunderbar zu Gemüsegerichten zu leichten. Chateau Poney ist für mich immer wieder ein Garant für eine beständige Qualität in dieser Region. Ist ein Markenwein, den man eigentlich wirklich jedes Jahr kaufen kann. Ist ein toller Wein, der in den ersten beiden Jahren wunderbar mit diesen Gerichten harmoniert und preis-leistungsmäßig sicher ein tolles Produkt darstellt. Danke! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020